So liebe Leute, weiter geht's mit Mass Effect, nachdem wir in der letzten Folge da eine ziemliche Explosion hingelegt haben und wir machen bei Projekt Feuergänger weiter und zwar die Anomalie finden. Ich habe hier schon mal alles gescannt und habe die Anomalie auch schon gefunden, also nur damit, dass ihr es mal kurz gesehen habt. Gehen wir nochmal ganz kurz rein. Also man sieht es so gar nicht. Jedenfalls habe ich hier überall die Scans schon gemacht. Ich habe hier die ganzen Rohstoffe rausgeholt. Habe man auch schon Upgrades gekauft und jetzt würde ich sagen, tun wir da mal landen. Wird bestimmt spaßig. Du kommst auf alle Fälle mit und dieses Mal kommst du mit. Ich würde einfach mal wissen, wie sie im Kampf ist. Alles Auto und hier ist sowieso Auto. Okay, beenden. Oh nein. Scannen nach Missionszielen. Missionsziele geoutet. Äh, warum kann ich damit nichts machen? Okay. Ähm, was ist das hier überhaupt? War das bei der Fabrik? Ich hätte natürlich auch den Infotext lesen können, den ich natürlich nicht gelesen habe. Was? Wo? Oh. Das heißt dann vermutlich mehr Stress für mich. Äh, fuck. Oh man, Koloss. Nice. Genau so werde ich dich fertig machen. Na? Sehr gut. Alter, probiert es doch gar nicht. Ich habe eine mega dicke Kanone hier. Ähm. Muss ich da jetzt was machen? Kann ich da aussteigen? Ich bin mir nicht sicher, was ich damit machen soll. Ähm. Ich kann nicht raus. Ich kann gar nichts machen. Hier vielleicht Rechtsklick? Oh ja. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ist gut. Ähm. Dann schauen wir hier mal weiter. Das ist so gar nicht ein Schlauchlevel. Oh, mehr Freunde. Oh geil, ich habe es übertroffen. Ist das Wasser oder Lava? Ich glaube, das soll sowas wie Lava sein. Ähm. Vavora erinnere ich später daran, dass er den UFO-Text nochmal liest. Was das hier eigentlich ist. Warnung. Gas Streitkräfte entdeckt. Ja, ja. Dann machen wir keine Angst. Na komm. Ach so, soll ich dich jetzt da nur drin halten? Nein, nein, nein. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Okay. Treffe ich dich? Nee, oder? Oh, doch. Ich treffe. Ja, sehr gut. Na komm. Fahr mal noch. Sehr gut. Kommt, verwüster. Der aber nichts aushält. Okay. Gehen wir nochmal rüber. Uppadabum. Poin. Na komm. Und auch einmal hier. Mal gucken. Ja, das hast du schon erwähnt. Ähm. Wo müssen wir hin? Da haben wir eigentlich wieder rauf. Ich probier mal. Aber ich glaub, das ist der Weg. Ui. Na komm, komm, komm. Yes. Und einmal hier rein. Wird sich das nicht rentieren, hier den ganzen Schrott weg zu bringen und zu verkaufen? Ja, ja. Wir sollen auch kommen. Wie das jetzt ziehe ich wegen überhitzen? Okay. Dann einmal hier. Wir sollen noch zwei. Äh. Verda, wenn ich komm. Ähm. Ich bin mir nicht sicher. Schau mal nach hier hinten. Ne, ich glaub, wir müssen da drauf. Da geht's ja wieder zu dem Lava-Gedöns oder was auch immer das ist. Komm. Hier drüber. Nice. Oh. Da ist noch mehr. Und da gibt's wieder was zum Finder. Ich muss sagen, ich hab von dem Planeten wirklich viele Ressourcen gekriegt mit den Sunden. Und wenn ich mir das so anschaue, da weiß ich jetzt auch warum. Was meinst du mit Hindernis? Das ist ein bisschen Wasser hier. Das war ja eigentlich viel schlauer verdienen, sich mit dem Schiff zu bekämpfen. Oh. Das ist vielleicht nicht so gut. Ähm. Okay. Alles wieder gut. Oh. Okay. Also, überladen ist eine ganz blöde... Nein. Ich muss jetzt alles wieder von vorne machen. Oh, Mann. Okay. Ähm. Aber dass er mich Gott zu dem Screen da wieder bringt. Okay. Äh, Leute, an der Stelle mach ich mal einen kleinen Cut. Und geh dann wieder rein, wenn ich wieder an der rechten Stelle bin wie vorher. Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ich hab ja mal bis hierhin gespielt. War jetzt mal kein Problem. Ohne, jetzt probieren wir das nochmal. Ah, ein bisschen mehr Takt noch mal. Sehr gut. Gut. Und, da kommen wir da noch. So. Boom. Einmal noch. Bis die alles aushalten. Obwohl sie auch von so einem Geschütz getroffen werden. Nice. Nur noch einer. Ah, da oben. Okay, jetzt darf ich einfach... Oh, scheiße. Was ist denn hier? Okay, Raketendrohnen. Waren jetzt alle erwischt? Oh, da ist noch was. Goodies. Er fliegt jetzt bloß nicht runter. Oh, okay. Kann ich da einfach so drüberjumpen? Ich probier's mal. Sonst muss ich das Ganze nochmal spielen. Ja, so. und kommt da jemand runter? Vermutlich erst dann, wenn ich da drüber... drüberjumpen bin. Ja, natürlich. Ja, natürlich. scheiße. Bitte triff mich nicht. Okay. Ich glaube, das war's. Keiner mehr, oder? Boah. Also, das auch noch einsammeln. Perfekt. Oh, das war's dann jetzt schon? Okay. Äh, nee, weggehen. Ich brauch hier nix mehr. Ah, wie ich die Zwischensequenzen liebe. Okay, historisch bedeutet, der hat die Fakt ist hier gestellt. Und der kann ja weiterhelfen. Alles klar. Gut. Ähm, dann schauen wir mal kurz ins Tagebuch. Samara, die Art hat ja eigentlich mein persönlicher Anliegen geändert. Nee. Nee, nee, nee. Das war mit den Kollektoren. Und dann hätten wir jetzt noch... Die Vulkanstation. Bevor wir das machen, schauen wir mal herunter. Ja, gefühlt irgendwie jedes Mal, wenn ich zu dir komme. Ähm, so. Geras. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er. Bin ich richtig nice. Ich kann nicht glauben, dass die Kollektoren früher Proteaner waren. Ich hab mir die Proteaner immer ziemlich majestätisch vorgestellt. Nicht wirklich. Gut getroffen. Hey, Geras. Alles klar bei dir? Shepard. Brauchen Sie was? Nee, nur Quatschen. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Schon wieder? Ah, Mann. Komme ich einfach nicht weiter. Äh, mit Edi will ich auch nicht quatschen. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal wieder nach oben. Shr 2. Könnten eigentlich mal wieder zur Citadel fahren. Und noch ein paar Goodies einkaufen. Für unser Quartier. Und sonstige Zeugs, was da vielleicht gibt. Ah, nicht jetzt. Ähm, mhm, mhm, mhm. Okay. Wir gehen mal wieder retour. Ich glaub in dem System gibt's... Wie bei FFS haben wir grad in dem System? Ja, dann machen wir mal das. Wenn wir schon mal da sind. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ja. Komm. Leg da rein. Nice. Verlassene Reaper. Reaper FFS beschaffen. Komm mit da. Ja, ich hab nicht mehr so viel Sonden. Ähm, mhm, 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 mhm. Ja, machen wir das mal. Oh, holy shit. Äh, nimm, ne. Ich kann das nicht aussprechen. Wird von einem zwei Kilometer langen Schiff umkreist, das unverkämmbar das Profil der Reaper aufweist. Es weist punktuelle Energiesignaturen auf, die aber viel schwächer sind, als sie bei einem Schiff dieser Größe üblich wäre. Der Reaper scheint in ein Masseneffektfeld aufrecht zu erhalten, das einen Absturz auf den sterbenden Sternen verhindert. In Teilen der Hülle klaffen gewaltige, durch Beschuss verursachte Löcher, die nicht repariert wurden. Die einzige logische Erklärung dafür ist, dass der Reaper gestorben ist. Oder zumindest vor langer Zeit auf minimale Funktionalität heruntergefahren wurde. Ähm. Macht doch eigentlich Sinn, sowas zu töten, oder? Nur mal so nebenbei. Aber ja, wir fliegen da erstmal rein, weil das ist auch eine gute Idee. Ähm, du kommst mit. Du kommst mit. Warum habe ich eigentlich bei der letzten Mission überhaupt die Gruppen auswählen müssen? Ich meine, wir sind ja eigentlich ausgestiegen. Ja, das Spiel und die Logik manchmal. Äh, ja, alles Auto. Wer denn denn? Dankeschön. Was ist das für ein Chaos-Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 kmh. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Er sendet kein FFS. Das Lada identifiziert es als Gath. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurricanes, was? Okay. Jetzt beginnt der ganze Spaß. Ah, ich habe die feste Freude. Oh. Wir erforschen eine verlassene Anlage und müssen jeden Moment damit rechnen, dass uns irgendwas Böses, Mechanisches anspricht. Jo, so sieht's aus. Äh, Wandsafe. Oh, das ist wieder so einfach. Okay. Und die zwei noch? Hätten wir das auch? Und ich werde jetzt, ansonsten haben wir hier nix. Arbeitslock. Die Luftschleuse wurde am anderen Ende des ausgehöckten Bereichs installiert. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Wrack steht. Die Leiche, eine gewaltige Uhr. Alten Lebensform, was mich betrifft, kann ich die Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. Okay. Ist er das doch schon? Hm. Ich glaube, wir haben wir bald zehn. Oh, Medizistation. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Shandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Shandana startet die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Jo, da würde ich mir dann auch Sorgen machen. Die meisten Leute werden dann später verrückt. Das war nicht so gut. Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Wir sind gefangen. Ähm. Ballen sie jetzt einfach raus, ne? Das ist eine blöde Idee. Ähm. Was können wir sonst tun? Ja. Ich brauche Optionen, Joker. Was können Sie mir anbieten? Shepard, eine kinetische Barriere kann nur durch einen Masseneffekt-Generator erzeugt werden. Das gilt für jedes Schiff. Sogar für einen Reaper. Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffekt-Kern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Ja, er holt sich schon raus. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Hai hai. Weidmanns Hai. Wow. Krass. Krass, krass, krass. Ob die Daten, die sie geborgen haben, die vielen Leben wert waren? Das ist eine gute Frage. Andererseits, aber wenn das lebt, wie wird dann sowas geboren? Ich frag nur. Noch mehr Arbeitslogs? Das haben sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuge bei ihr zu landen. Sie hat ihn die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Äh, Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenströmpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselben Erinnerungen? Dieser Ort hat ihr Bewusstsein verändert. Gut, dass wir sieben Mignor haben. Okay, ziemlich schräg. Feinde voraus! Echt, die Bruder. Oh. Holy shit. Okay, wo waren das alle? Also, mit denen haben wir es also hier zu tun. Nee, da ist noch ein. Oh. Oh, wow. Sind es jetzt alle? Ja. Aber wo sind die da jetzt auftaucht? Sind die da aus dem... Ah, okay, die... Kunde einfach so raufkommen. Oh, wir rufen explodieren. Sorry. So muss es sein. Gut. Ich glaube es. Okay. Äh, das nächste Terminal. Oh. Oh, come on. Ah, kommt jetzt. Wieder jetzt. Tag mit diesen Kopfschmerzen. Man sollte meinen schon, dann würde mir ein paar Stunden freigeben. Verdammt! Was? Das Ding, das gerade... Es war grau. Ist verschwunden, als ich es direkt angesehen habe. Es kam aus der verdammten Wand raus. Wo wir die Steuereinheit abgenommen haben. Ich habe nichts gesehen. Sie sollten sich hinlegen. Ich sage Ihnen, dieses Schiff ist nicht tot. Es weiß, dass wir in seinem Inneren sind. Beruhigen Sie sich. Jetzt bekomme ich auch noch Kopfschmerzen. Ja, und wie recht er hatte. Für die nächste Überraschung. Was zum... Ich habe den Schützen noch gesehen. Ein Überlebender des Wissenschaftsteams. Ja, wer denn sonst? Äh, raffiniertes Platin. Das könnte nennst nicht sein. Neuer Upgrade. Okay. Keine Infos da oben. Ähm, wir sind freundlich. Oh, Leute. Also das Geräusch, ich habe jetzt gerade irgendwie an die Drohne erinnert. Mit vollgenügend, so muss es sein. Alle? Oh, was ist da? Hat mein Kücken? Uh, da kann ich rein. Ähm. Okay. Zieh. Ich will auch mal zieh. Und die zwei noch. Lock auf lockig. Oh. Sorry. Nein. Scheiße. Ähm. Einigkeit des Wollestars. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Äh, ich warte mal kurz. Ich zieh. Ich fahre. Scheiße. 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 Das war jetzt echt doof. Fuck. Äh, was ist... Ah, wir sind hier. Alles klar. Jetzt hast du das ganze Geballe da unten. Haben wir jetzt gerade nochmal. Das sieht interessant aus. Okay, Jungs. Gehen wir wieder runter. Gleich ich nochmal. Dieses Mal ein bisschen intelligenter. Und da warten wir, bis die ganzen Gegner wechseln. Alles klar. Schon unterwegs. Ähm. So, ich mach mal einmal die Fähigkeiten. Nein, wir ziehen an. Ich mein, es ist nicht schwer. Es ist einfach nur nervig, wenn die halt da durchgehend rauskommen. Okay. Ist das jetzt gewesen? Sie kann jetzt hier rein? Ohne dass sowas passiert? Nein, okay. Sie kommt wieder. Oh, da ist ein großer. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Feind wird angegriffen. Er ist ja, wo ist der? Fuck, 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 fuck. Äh, Einigkeit, Einigkeit. Fuck, 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 sind wir es wieder. Fuck, fuck, fuck. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wollen wir jetzt noch mehr? Scheiße, beide wieder tot. Scheiße, ich glaube, ich brauche die dicke Wuppe. Ja, ich möchte sie ausbremsen. Okay, war es das jetzt? Gut, dann können wir wieder auf die normale Wuppe gehen. Ja, wo? Ja, sorry. Okay, ich glaube, das war's. Äh, einmal Munition bitte doch. Und dann gehen wir jetzt mal hier hinten rein und schauen, was wir da für Goodies haben. Äh, da, 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 zieh, zieh, zieh. Das war das. Widerstand. Okay, wollen wir auf die zwei. Na komm. Oh, da geht's noch weiter runter. Ist das ne gute Idee? Oh no. No, 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 no. Fuck. Wollt mich oben noch ein bisschen umgucken. Oh. Du. Wieso hilft der uns? Oh, er ist beschädigt. Ich habe noch nie... Äh, Granady. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Kann ich eigentlich mal... Das heißt, schildern wir uns synthetische Feinde. Ja. Gut. Alle noch da? Perfekt. Dann gehen wir uns immer weiter. Das war so eine dumme Idee, hier reinzugehen. Oh, nice. Ähm... Dann machen wir mal das. Fuck, sind das wieder viele. Oh no, scheiße. Das ist wieder ein Big Daddy. Scheiße, 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 scheiße. Okay, er ist tot. Ich habe nur noch einen Schuss. Das ist natürlich sehr geil, wenn da noch mal einer kommt. Ah, fuck. Wo mehr Kollegen hier? Uh, Medikit. Das ist schon mal sehr gut. Was? Ach, nö, Mann. Wie viel gibt es von euch? Was? Ah, verbesser dieses... Ja. Okay. Können wir mal schießen? Na, okay. Jetzt noch was. Hoffe ich mal. Jetzt kommt es nicht mal wieder zu mir. Und dann schauen wir uns das mal eben an. Na, da gibt es aber auch noch Credits. Haben wir hier hinten noch was? Nö. Oh, da gibt es wieder Gesundheit. Ah, das sieht nach Stress aus hier unten. Oh, was ist denn hier? Oh, nee. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Ah, wenn das halt nicht immer so viele wären. Boah, fuck, wie viele. Äh, ich werde es mal ganz unsicht machen. Wo ist der... Wo ist der Dicke? Oh, scheiße. Ja, ich muss weg. Ähm. Verbesser den Betäubungsschuss. Überlastung. Ah, das weckt mich sehr viel. Ah, wir machen mal kurz den hier. Fuck, 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 fuck. Einigkeit. Entschuldigung, Chaos. Ja, er ist tot. Nice. Boah, da werde ich aggressiv bei sowas. Wie geht's denn? Geil. Dann habe ich wieder was für die schwere Waffe. Oh, nö. Gut, gehen wir zuerst mal zum Terminal. Naja, auch wieder nur Credits. Keine Story. Wisst ihr was? Einer geht mal hierhin. Und... Einer geht mal da hin. Gehe in Denkung. Oh, ne. Okay. Jetzt haben wir gerade wieder direkt die Dicke-Moment aus. Gut. Andere Dicke-Moment. Ah, scheiße, es sind gerade zwei. Fuck, was hat der für eine Range, ey. Okay. Ich muss aufpassen. Komm, erhol dich jetzt wieder. Bitte, danke. Okay, sehr gut. Puh. Oh. Ach, da hinten. Und unten bleiben. Und unten bleiben. Und unten bleiben. Und unten bleiben. Haben wir es jetzt? Alles klar. Verstanden. Okay, das sieht so ein bisschen nach dem Ende aus. Nö. Kommt man dich nicht. Ja. Alles klar. Alles klar. Ah, scheiße, es sind schon wieder zwei. Oh, no. Oh, no. Fakt. Dankeschön. Und jetzt habe ich keine Gesundheit mehr. Oh, man. Das wird echt lästig. Also nicht so was Verbesserungswort, das ist das nächste Mal. Die Smogspan, das ist irgendwie die Zukunft geil. Also dürfte mir die Hälfte weniger sein. Wir müssen den Masseneffekt-Kern zerstören. Ja, gleich. Sieht noch interessant aus hier. Gut. Wieder für die schwere Waffe-Munition. Das freut mich. Wie viel haben wir denn da jetzt? Zehn Schuss. Medi-Gel ist auch noch wichtig. Fast sogar noch wichtiger. Und wieder mal hacken. Das war gar nicht hier. Das Widerstand. Und die zwei noch. Sehr gut. Meisterhänger. Lieber FFS. Was? Das liegt ja einfach so rum. Das Cerberus-Team hat es also zurückgeholt. Aber wo sind sie jetzt? Vermutlich sind es die, was wir jetzt die ganze Zeit abknallen. So. 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 Oh. Soll das so sein? Was soll der die Aktion denn jetzt? Ach, da sind noch mehr. Oh, und von zwei Seiten. Ja, nice. Oh, Mann. Ach so. Ich gehe mal davon aus, ich muss das Teil hier zu stören. Äh, Einigkeit. Scheiße, ich hätte die Wicke boomer holt. Ähm, die Waffe bitte, danke. Fuck, war die Waffe weg. Ah, scheiße. Und die nächste Bälle, oder? Fuck, ich lasse mal jetzt gut. Nicht, dass wir alles passen, sichtbar. Was? Ich bin mir die Waffe weg. Alter. Lass mich unsichtbar werden. Dankeschön. Fuck, 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 fuck. Ich brauche mal die Zunge. Ähm, nochmal Einigkeit. Scheiße, mein Gott, wird noch eine Welle werden. Ja. Wird noch eine Welle. Alles klar. Einverstanden. Ja. Boah, ich bin mir doch so schlau, dass man hier hinzieht, ne? Unterwegs. Werde den Schuss ausführen. Oh. 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 Nice. Sie mal bitte schön aufhalten, bitte. Dann wäre der Gegner, das ist nicht mehr viel. Bitte, 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 bitte. Na? Nice. Puh. Stressig. Shepard, der Gath. Ich denke, wir sollten ihn mitnehmen. Sein Verhalten war seltsam. Lassen Sie ihn hier, wir haben schon genug Ärger. Wer eigentlich auch viel mitnehmen. Charlie hat gesagt, dass noch nie jemand einen intakten Gath gefangen genommen hat. Sie kennen das Risiko. Mehr sage ich dazu nicht. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Abmarsch. Okay, ich wurde noch nicht mal gefragt. Ich will die Option. Backbott-Luftschleuser öffnen. Zu befehl. Wir sind so weit. Ah, wir sollten echt mal einen Spielfilm draus machen. Das war jetzt geil. Okay. Das ist auch mal das Ende dieser Episode. Beziehungsweise, wir schauen uns mal den Abspann noch an. Wenn einer da ist. Aber ich gehe mal schon davon aus. Wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Gath wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in Bar auf einen intakten Gath ausgesetzt. Ich versichere ihn. Die Belohnung ist erheblich. Äh... Finde ich nicht so geil, aber ich würde gerne mit ihm reden, ja. Ja... Vielleicht... Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Gründliche Tests sind wichtig, bevor wir damit das Omega-4-Portal durchschreiten. Die ordentliche Integration in unsere eigenen Systeme wird eine Weile dauern. Reden wir da von Stunden oder von Tagen? Das lässt sich nicht sagen. Die Technologie ist komplex. Die Crew wird sofort mit der Arbeit beginnen. Okay, bis dahin verstärken wir weiterhin unser Team. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn das FFS bereit zum Testen ist. Okay, spannend. Ich freue mich schon mal auf die nächste Episode, wenn wir dann mit ihm quatschen. Und bis dahin wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht ein Like da oder ein Abo. Und wenn ihr Lust habt, kommt auf unser Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Bis dann, dann.